Grüßt euch meine lieben Judo-Freunde, das muss ja euch mal was von sein, das glaub ich gar nicht. Jetzt war ich gerade beim Einkaufen, weil jetzt mein Sohn kommt dann vorbei zu Besuch und dann hab ich gesagt, ja, trinkst du halb? Ich sagte, ja Papa, trinken wir halb miteinander. Ja gut, alles in Ordnung. Dann hab ich gedacht, geh ich rüber zum Einkaufsladen, sag jetzt der bestimmte Einkaufsmarkt, was das für einer war. Dann okay, geh ich rüber, hol ihr Papier, Zoll an der Kasse, dann schau ich, und dann sag ich, was ist denn mit dem passiert? Dann hab ich gesagt, was ist denn mit dir los? Dann sagt der Katze, sag ich, was Katze? Ullkatze oder was? Ne, Katze war bei Besuch bei Freund und Katze hat mich gekratzt, er legt mir wasch. Sowas hab ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die Katze fotzen, der kratzt, der Hals verkratzt, da an die Wangen, also da unten, überall hat die Katze, die Katze war krass, also sowas hab ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich hab gedacht, das muss eigentlich sein. Brutal. Also echt, so was hab ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich hab gar zu einem zurückgekommen. Da hab ich direkt Glück gehabt mit meinen zwei. Also wünsche ich noch einen schönen Tag für euch. Danke. Danke.